Meine lieben Zuschauer, die einen feiern Black Week, wir feiern Platin Monat. Den Rest findet ihr in der Beschreibung. Schön, dass ihr da seid. In dieser Ausgabe spreche ich gerne mit euch über Hammets Highlights der Woche. Wenn andere über ihre Meinung sprechen, kann ich über meine Highlights sprechen. Oder wenn ihr so wollt, Boom versus Bodenlos. Nicht nur das, ich werde euch auch aus meiner Sicht die entscheidenden Kaufmarken bei diesen Unternehmen nennen. Schön, dass ihr da seid. Denkt daran, Däumchen ist ein Träumchen. Und nicht, dass ihr sagt, ich hätte es euch nicht gesagt. Abonnieren. Geht vor Studien. Chevron. Öl- und Gasrisse hat im dritten Quartal, dank eines wirklich überragenden und überraschenden Produktionsanstiegs in den USA, insbesondere im Permian Basin, wirklich starke Zahlen geliefert. Der bereinigte Gewinn war 2,51 Dollar pro Aktie. Und damit lag er über den Erwartungen von 2,43. Und die Aktie reagierte total positiv und stieg in der ersten Reaktion um 4,2%. Aber diese 4,2% konnten nicht gehalten werden. Die offene Lücke doch. Darüber sprechen wir miteinander noch. Man muss aber sagen, trotz sinkender Ölpreise und damit auch schwächerer Margen im Raffineriebereich, hat die gestiegene Produktion den Cashflow gestärkt. Und Chevron konnte eine sagenhafte Rekordsumme, einmal hinsetzen, Tiefluft holen, von 7,7 Milliarden Dollar an die Aktionäre ausschütten, in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden. Was ziemlich genial klingt und eine Dividende von etwa 4,5% aktuell verspricht, ist aber auch ein gewisses Problem. Eine andere interessante Entwicklung ist, was die Produktionszahlen angeht. Die Produktion konnte um 14,1% in den USA gesteigert werden und international um 1,2%. Und Chevron erweitert sogar weiter seine Aktivitäten, zum Beispiel durch den Zukauf von PDC Energy. Das Ziel von Chevron ist schon im Jahr 2025, das liegt um die Ecke, eine tägliche Produktion von einer Million Barrel am Tag. Das entspricht etwa, ja etwas mehr als 1% des täglichen Verbrauchs von Öl weltweit. Und auch die Veräußerung von Asset, zum Beispiel in Kanada, zeigt, dass Chevron eine Strategie verfolgt. Alles was margenstark und alles was renditenstark ist, behalte ich. Was ganz okay ist, gebe ich ab. Zum Beispiel Golf von Mexiko behalte ich, Erdgas in Australien und in Kasachstan konzentriere ich, andere stoße ich ab. Klingt total positiv. Aber Chevron muss, um das halten zu können, entweder mehr Gewinne machen, da sind sie vom Ölpreis abhängig, oder wenn es das nicht gibt, müssen sie sparen. Also legt Chevron nochmal einen drauf und sagt, liebe Aktionäre, wir wollen nochmal 3 Milliarden einsparen. Dadurch wollen sie natürlich diese 7,7 Milliarden, die sie ausgeschüttet haben, halten und steigern. Eine weitere Herausforderung bleibt die Übernahme von Hess Corporation, die aktuell von einem Streit mit Exxon Mobil davon überschattet wird. Denn Exxon beansprucht ein Vorkaufsrecht auf Hess und auf Vermögenswerte in, ich glaube es ist, Guiana. Was dann wiederum die Chevron Aktie unter Druck hält. Einige Analysten sagen auch, dass die Aktie erst Mitte 2025 ansteigen wird, wenn diese Streitigkeiten geklärt sind. Jetzt muss man sagen, Übernahmeproblem, Chevron schüttet sehr viel aus und ist vom Ölpreis abhängig. Ich habe euch vor Monaten schon gewarnt, dass die Risiken für fallende Ölpreise steigen. Und das ist deswegen gefährlich, weil Chevron einen großen Anteil seines Cashflows an die Aktionäre ausschüttet. Das heißt, Chevron ist zwar mit seiner Strategie im Permian Basin, sich zu fokussieren und die Ausrichtung auf inländische oder ertragsreiche Projekte zu fokussieren, zwar zum Erfolg führt, aber die Gefahren bestehen einmal bei der Übernahme und natürlich auch, dass das Unternehmen die Balance zwischen den hohen Ausschüttungen und den potenziellen Marktschwankungen beim Ölpreis meistern muss. Und im Übrigen ist diese Gefahr auch der Grund, warum die Aktie vor zwei Jahren vom KGV extrem günstig erschien, aber Investoren das nicht gekauft haben. Jetzt aktuell muss man sagen, ja, die Gewinnerwartung wurde übertroffen. Aber während 2022 etwa 18 Dollar pro Aktie ein Gewinn gemacht wurde, wurde 2023 nur noch etwa 13 Dollar pro Aktie Gewinn gemacht. Und für das Jahr 2024 erwartet man etwas mehr als 10 Dollar Gewinn pro Aktie. Das heißt, ihr seht, der Gewinn ist deswegen so stark geschrumpft, weil der Ölpreis so stark zurückgegangen ist. Alles in allem zusammengefasst. Operativ macht das das Unternehmen sehr gut. Und die hohe Ausschüttungsquote ist ein Dorn im Auge, genauso wie die potenzielle Übernahme. Und alles in allem, ein Schnapper ist die Aktie aktuell nicht. Ich zeige euch einmal, wo wir derzeit sind im Bereich von 152. Da waren wir auch im Jahr 2022, als das Unternehmen etwa 80% mehr Gewinn gemacht hat oder 2023. Das heißt, die Aktie läuft seitwärts, wird aber eher teurer. Immer im Hinterkopf behalten, was mit dem Ölpreis passiert. Rein technisch muss man sagen, ja, also lieber Hamed, mit den Zahlen am Freitag springt die Aktie mit einer offenen Lücke über eine horizontale Widerstandsmarke. Obacht. Initial 4% Gewinn, jetzt nur noch 2,5%. Diese Zonnertagelinie, um die die ganze Zeit gekämpft wird, ist noch nicht erobert. Diese horizontale Zone, die gerade erobert scheint, kann auch nur erobert worden sein, weil der Markt in dieser Volatilität darüber springt. Ich bleibe dabei, ich liebe Enfin, weil es mir die Arbeit abnimmt. Zeichnet mir automatisiert das FIP ein. Ich klicke da drauf, sehe, ah, die wichtige 61er Fibo-Marke ist im Weg. Es ist die Zonnertagelinie im Weg und diese horizontale Widerstandsmarke ist noch nicht wirklich überwunden. Und deswegen, auch wenn das jetzt kurzfristig nach einem Ausbruch aussieht, auch wenn man sagen muss, ja, rein technisch über die kleinere Zeiteinheit erkennt Enfin diesen Anstieg und diese bullische Konsolidierung, so ist im Falle einer optimalen Kursentwicklung das Ziel im Bereich von 160 Dollar meiner Meinung nach. Und man muss durch einige Widerstände durchschaden. Deswegen muss ich euch sagen, ist jetzt gerade für mich kein Kaufkurs. Und kurzfristig traden kann sein, dass die Aktie steigt. Wisst ihr, an der Börse geht es ja nicht darum, ob eine Aktie steigt oder ob sie fällt, sondern es geht darum, ob ich sie handeln möchte. Und deswegen, wenn wir mal wieder in den Tag zurückgehen und wir etwas rauszoomen, dann sehen wir, naja, die Aktie befindet sich in einer großen Seitwärtsrange. Und deswegen bemühe ich einmal nochmal eine größere Zeiteinheit und dann sehen wir in der Woche, oh ja, das ist der Anstieg, das ist die automatisiert erkannte Bullenflagge, das heißt dynamischer Preisanstieg. Und dann ist irgendwann mal diese Aktie überteuert, konsolidiert das Ganze und die große Widerstandszone ist im Bereich von 160, was die Bullenflagge angeht. Ich muss euch sagen, ohne dass ich einen Anspruch darauf habe, dass die Aktie da hinkommt, aber ein Schnapper wird die Aktie erst, seht ihr diese horizontale Widerstandszone, das wäre eine potenzielle Unterstützung. Und das wäre der Unterrand der Bullenflagge. Dazu, von dem Anstieg, den wir von September 2021 gesehen haben, ist es die 61er Fibromarke. Nochmals, Chevron muss da nicht hinkommen. Aber wenn ich meine Mäuse da reinstecken soll, dann möchte ich gerne die 125 haben. Ansonsten sind wir in einer übergeordneten Seitwärtsrange. Unterkante 140, Oberkante 142. Mit anderen Worten, erste Zone, die interessant wäre, wäre im Bereich von 140 Dollar. Nicht auszudenken, wenn der Ölpreis steigt. Das Unternehmen schafft es auch, bei einem schwierigen Umfeld sein Cashflow zu erhöhen. Nicht auszudenken, wenn der Ölpreis weiter unter Druck geraten sollte. Dann warte ich mit meiner Unterstützungszone. Apple hat am Donnerstag Zahlen vorgestellt. Und sie waren boomlos. Also irgendwas zwischen Boom und Bodenlos. Warum Apple es trotzdem in unsere Kategorie geschafft hat, besprechen wir jetzt. Apple hat einen Umsatz vermeldet von 94,9 Milliarden. Das ist ein Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr und lag auch mit einem Prozent leicht über den Erwartungen der Analysten. Treiber des Wachstums waren die iPhone-Umsätze mit 46 Milliarden, 6% Anstieg und auch über den Erwartungen. Mit anderen Worten muss man sagen, Apple kann noch iPhone, denn das waren Rekordzahlen. Jetzt muss man auch noch was anderes dazu sagen. 46 Milliarden von 94 Milliarden oder 95 Milliarden sind knapp 50%. Und das zeigt, wie wichtig die iPhone-Umsätze für Apple sind. Auch die Umsätze im Bereich der Services, mittlerweile immerhin 24 Milliarden, ist um knapp 16% gestiegen, lag aber 1% unter den Erwartungen. Wenn wir so in die anderen Kategorien reinschauen, da muss man sagen, die iPad-Umsätze sind um 8% gestiegen. Da waren vor allen Dingen die neuen iPad-Modelle dafür verantwortlich. Auf der anderen Seite sind auch die Mac-Umsätze leicht gestiegen. Auch hier gab es neue M4-Modelle. Trotzdem sieht man, dass die Umsätze im Vergleich zu den Erwartungen rückläufig gewesen sind. Das heißt, der Markt will ganz schön viel mittlerweile von Apple. Was auch nicht überraschend ist bei einem KGV von 29. Treiber also dieses guten Ergebnisses und dieser wirklich beeindruckenden Zahl von 46 Milliarden Umsatz waren die iPhone, 16 iPhones. Und man muss sagen, sie sind ja eigentlich zu spät eingeführt worden. Normalerweise führt Apple die iPhones etwas früher ein. Und das zeigt, dass Apples Marketing rund um Apple Intelligence offenbar Wirkung zeigt und nicht nur die 16er-Generation erfolgreich eingeführt wurde, sondern auch die erhöhte Nachfrage bei iPhone 15 zu sehen ist, wo man auch die neuen Apple Intelligence-Tools nutzen kann. Alles in allem muss man also sagen, gute bis teilweise sehr gute Zahlen. Das einzige Problem ist, dass der Markt fast noch mehr erwartet hat. Was ebenfalls unter den Erwartungen lag, waren die Umsätze in China. Das wiederum fanden die Aktionäre absolut bodenlos. Denn die Erwartungen lagen bei 5% Wachstum. Tatsächlich sind sie aber ganz leicht rückläufig gewesen. Also deutlich unter den Erwartungen. Apple sieht sich also dort weiterhin mit Herausforderungen durch lokale Konkurrenz, aber auch die wirtschaftlichen Probleme und Unsicherheiten in China konfrontiert. Tim Cook allerdings zeigt sich, da muss man sagen, total optimistisch. Denn der sagt, Apple hat trotz allem in China ein sehr starkes Fundament. Und auch viele Analysten sagen, in dem Augenblick, in dem der neue Zyklus kommt und viele iPhones dann ersetzt werden, gibt es das Potenzial, dass in China die Umsätze steigen. Wenn wir zum neuen Zyklus kommen, dann muss man auch sagen, wir müssen meiner Meinung nach unterscheiden, einmal zwischen der nahen Zukunft und einmal der fernen Zukunft. Was bedeutet das für die nahe Zukunft? Apple Intelligence soll ja für die nächste große Nachfragewelle sorgen. Zumindest in der Theorie. Diese neue KI-Software wird aber von Apple nach und nach eingeführt und erst mal zum Beispiel nur in einer englischsprachigen Region, also damit deutlich regional begrenzt. USA, Kanada, Großbritannien, Australien. Zwar soll das die Verbraucher dazu motivieren, ihre Geräte auf neue Modelle hochzustufen. Aber die gestaffelte Einführung wird meiner Meinung nach dafür sorgen, dass die Umsätze eher langsamer steigen, dass sich das eher bremsend auswirkt. Und viele erst die vollständige Integration abwarten werden. Und dazu sagen auch viele Nutzer, ja, die aktuelle KI von Apple ist zwar nice to have, aber es ist kein wirkliches Must-have. Und deswegen muss ich euch sagen, kurzfristig sehe ich Apples Entwicklung zusammen mit dem Markt. Insbesondere, wenn wir uns die Bewertung von Apple anschauen. Wenn wir über das Jahr 2025 sprechen, da plant Apple die Integration mit ChatGPT und neue Funktionen und neue Sprachen kommen erst 2025 dazu. Das könnte dazu führen, dass wir von einem nachhaltigen Upgrade-Zyklus sprechen können. Und deswegen, wenn wir auf die mittelfristige Zukunft schauen, da muss man eins sagen. Für das nächste Quartal erwartet Apple traditionell im sehr starken Weihnachtsquartal ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich. Also konservativer als üblich. Jetzt das vierte Quartal lieferte, Es muss man sagen, stimmt, Apple hat ja über das vierte Quartal gesprochen. Das vierte Quartal hat nur einen geringen Zeitraum gehabt für die iPhone-Verkäufe. Daher, wenn wir das volle Potenzial der neuen iPhones, der Mac-Lineups und der iPads mit der Apple Intelligence erst mit dem Weihnachtsquartal sehen. Die Tatsache, dass Apple eher vorsichtig einen Ausblick gibt, könnte auch bedeuten, dass sie davon ausgehen, dass dieser neue Zyklus etwas länger benötigen wird. Damit gesagt, wir haben aktuell für 2025 bei Apple ein KGV von 26 Parzer quetschte. Das aktuelle KGV liegt bei 29. Damit ich in irgendeiner Art und Weise auch nur ein bisschen aufgeregt werde, bräuchten wir einen KGV von 24. Der erwartete Gewinn für das nächste Jahr ist 7,33 Dollar. Jetzt muss man dazu sagen, in diesem Gewinn ist eins eingerechnet, liebe Leute. Und zwar immer noch die Umsätze, die darüber generiert werden, dass Google dafür zahlt, präferierte Suchmöglichkeit in Safari zu sein. Das wird derzeit allerdings von den Behörden und gerichtlich untersucht. Das heißt, diese 7,33 Dollar ist auch noch aktuell gefährdet. Mit anderen Worten, der Grund, warum ich Apple in Boom und Boden losbringe, ist Apple Intelligence mit den neuen Funktionen, die 25 kommen. Das kann echt ein Boom sein. Für den Fall aber, dass die Problematik mit Google und Apple dazu führt, dass die Umsätze zurückkommen werden, was etwa bei den Dienstleistungen 10% der Umsätze ausmacht, das kann wiederum zu Boden losführen. Was ich nicht vielleicht unbedingt bodenlos finde, aber extrem sportlich, ist die aktuelle Bewertung. Und damit, wenn wir uns das technisch anschauen, also nach einem extrem starken Anstieg im Jahr 2024 von 45% innerhalb des ersten Halbjahres und nicht vergessen, Anstieg von 21% innerhalb von zwei Monaten, finde ich, dass man jetzt nicht unbedingt sowohl technisch als auch fundamental unbedingt da reinspringen muss. Wo die erste Unterstützung liegt, ja, 200-Tage-Linie, horizontale Unterstützung, psychologische 200. Für den Fall, dass ihr sagt, boah, verrückter Hammer. Leute, da waren wir im Juli dieses Jahres. Das wäre also auch nur ein Pullback von 10%. Wenn ihr eine wirklich starke Unterstützung sucht, Achtung, dann wird die Aktie auch eher günstig bewertet sein, für den Fall, dass der Markt einen Rücksetzer macht oder irgendeine Zahl nicht gefällt. Dann muss man sagen, im Bereich von 170 geht eine offene Lücke zu, es ist eine fette horizontale und es ist die wichtige 61er FIBO-Marke. Das heißt, diese Zone zwischen 170 und 160 ist aus meiner Sicht mittellängerfristig tatsächlich interessant. Eine spekulative Zone ist im Bereich der 200. Das muss man dazu sagen, die 200 hat dazu geführt, dass der Kurs schon einen ordentlichen Bounce gesehen hat. Also die erste Berührung mit 200, 195 stellt definitiv eine wichtige Unterstützung dar. Eine Sache würde ich euch noch gerne zeigen. Ich sage euch ja immer wieder, ich lese einfach nur ab, ich muss überhaupt nichts machen. Und was mich persönlich tatsächlich auch sehr gefreut hat, einer unserer Klienten hat geschrieben, habt mir soeben die Enfin Software bestellt und bin echt begeistert. Echt Hammer. Wir mögen das. Wir mögen es, wenn wir unsere Klienten begeistern können und ich lade euch herzlich ein, lasst euch von uns begeistern mit unserer Enfin Chart Software, mit der automatisierten Erkennung von Unterstützung, Widerständen, Bullen, Flaggen, Fibomarken und so weiter zu unserem aktuellen Rabattpreis. Denn wisst ihr was, wir warten einfach nicht auf die Black Week. Wir haben sie jetzt schon gestartet. Ihr seid herzlich eingeladen und damit zum nächsten bodenlosen oder boomhaften Aktientitel. Absolut bodenlos wiederum war die Reaktion der Börse auf die Zahlen von Li Auto. Denn trotz überraschend wirklich starker Zahlen für das dritte Quartal 24 fielen die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers um, festhalten bitte, 13,6%. Li übertraf zwar mit einem Gewinn von 26 Cent pro Aktie und einem Umsatz von 6,1 Milliarden Dollar, die Erwartungen der Analysten, aber Li Auto hat eine verhaltene Prognose für das vierte Quartal abgegeben und das hat dazu geführt, dass die Aktionäre gesagt haben, bodenlos. Ich sag euch, das könnte trotzdem noch ein Bühmchen werden. Denn, wenn wir uns detailliert die Ergebnisse angucken, dann muss man sagen, Li konnte gegenüber dem Vorjahr das Ergebnis umsatzseitig um 24% steigern. Die Fahrzeugauslieferungen stiegen um satte 45% auf 153.000 Einheiten. Dass die Lieferungen aber schneller steigen um 45%, aber der Umsatz weniger stark steigt, nämlich um 24%, zeigt doch eins, dass der Preisdruck in China extrem hart ist und dass der Markt extrem umkämpft bleibt. Li Autos, Fahrzeugmargen blieben mit 20,9%, allerdings stabil, gingen aber gegenüber dem Vorjahreszeitraum etwas zurück, nämlich um 0,3% Punkte. Im Übrigen frage ich mich, warum wir immer eher sagen müssen, 30 Basispunkte und nicht 0,3%. Klingt das irgendwie mehr Profimäßig oder cooler oder versteht man das nicht? Egal. Ich kann beides. Was tatsächlich eher Boom-mäßig ist, Free Cashflow. 1,3 Milliarden Dollar in einem Quartal und das Unternehmen hat eine solide Bilanz von 15 Milliarden Dollar. Alles tatsächlich ziemlich starke Zahlen. Aber für das vierte Quartal schaut Li Auto vorsichtig nach vorne. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 6,2, 6,5 Milliarden und Fahrzeugauslieferungen von 160.000 bis 170.000 Einheiten. Also das Gleiche, was sie im Vorquartal gemacht haben, was die Auslieferungen angeht. Und damit sagt der Markt enttäuscht uns. Denn die Prognose liegt auch unter den Erwartungen der Analysten. Die Analysten wollten 6,7. Was bringt Li Auto 6,2 bis 6,5? Das entspricht zwar grundsätzlich einem Anstieg bei den ausgelieferten Zahlen von 25% im Jahresvergleich, aber im Vorquartal waren es noch 45%. Das heißt, das zeigt gleichzeitig, dass Wachstum in diesem chinesischen, hart umkämpften Markt nicht endlos möglich ist, sondern eben eher begrenzt scheint. Und daraufhin also die Börse mit einem herrlichen Zacker-Bäh. Interessanterweise hat die verhaltene Prognose von Li Auto auch noch auf andere Elektro-Auto-Hersteller sich ausgewirkt. Nio, Xpeng und Tesla sind ebenfalls mit Verlusten aus dem Markt gegangen. Wenn wir zusammenfassen wollen, also die Quartalsergebnisse zeigen erneut, dass Li sich in einem hart umkämpften Markt durchsetzen kann, dass er wettbewerbsstark ist, aber um sich weiterhin in diesem eben wettbewerbsintensiven Markt durchsetzen zu können, nicht so große Margen möglich sind und nicht unendlich viele Preissteigerungen möglich sind aktuell. Trotzdem, also muss ich sagen, geiles Cash-Management und immer noch solider Absatz. Was die Bewertung angeht, erwartet es KGV von 15. Damit ist das Unternehmen meiner Meinung nach durchschnittlich bis interessant bewertet und nachdem ich für euch die Fundamentalanalyse gemacht habe, fragen wir einmal Enfin um seine technische Analyse, weil Enfin nicht reden kann, noch nicht, lese ich euch das mal einmal vor. Denn das, was man sieht, ist, A, auf Wochenchart-Basis, sagt uns Enfin, das ist eine umkämpfte horizontale Zone zwischen 27 und 30. Dadurch, dass der Ausblick auch entsprechend vorsichtig ausgefallen ist, scheint die Aktie Abgabedruck zu haben. Ein Rücksetzer in Richtung 21,50 würde die 20-Wochen-Linie als Unterstützung finden und wir merken uns die 21,50, denn wenn wir dann in den Tagesschart gehen, dann sehen wir nämlich folgendes, Oha, hier gibt es eine richtig große offene Lücke. Mit viel Volumen ist die Aktie über diese Widerstandszone drüber gegangen und ein Rücksetzer würde hier nicht nur die offene Lücke schließen, sondern auch auf die horizontale 22-Dollar-Marke fallen. 22,50, 20-Wochen-Linie, offene Lücke, fette horizontale Marke mit einer Bodenbildung, die von Mai 24 bis September 24 angehalten hat und wenn ich nochmal eine Zeiteinheit tiefer gehe, dann seht ihr, dass N-Fin uns auch noch diese FIPS einzeichnet und sagt, 22,60 ist eine 61er FIBO-Marke und dann kommt mal wieder mein Lieblingsspruch zustande. Ich sage nicht, dass die Auto in Richtung 22 kommt. Aber wenn, dann ist es tatsächlich eine sehr starke Unterstützung unter gleichbleibenden Bedingungen. Das heißt, wir sehen jetzt nicht eine massive Rezession in China oder andere große Probleme. Und noch eine Anmerkung. Ich weiß nicht, welche Chartsoftware ihr nutzt und falls ihr südkoreanische Aktien und mexikanische Aktien und sonstige Aktien euch gerne anschaut, haben wir nicht. Falls ihr abgefahrene Indikatoren braucht, haben wir nicht. Wenn ihr aber mit den gängigen paar tausend Aktien, die in Europa und in den USA gehandelt werden, arbeitet und eine massive Zeitersparnis haben wollt, indem ihr einfach nur schaut, ah, N-Fin macht die Analyse. Es macht mega Bock. Die Analyse ist fertig, man kann die Aktien durchklicken und spart ungemein viel Zeit. Und damit zur nächsten bodenlosen Aktie, aber vorher, Freunde, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, bitte, Däumchen wäre ein absolutes Träumchen, denn ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich diese Sektion Hamels Highlights und N-Fin's Analysen bodenlos versus Boom fortzusetzen. Ich brauche aber dazu euer Feedback. Bei unserer nächsten Aktie hat der Markt zwar Boom gemacht, aber nicht nur ist übergeordnet die Aktie noch bodenlos und das seit Jahren. Es gibt auch eine brandaktuelle Meldung rund um dieses Unternehmen, was absolut aufhorchen lässt, was nachbörslich rausgekommen ist am Freitag. Und damit sprechen wir über die Aktie von Intel. Die ist nämlich nach den Vorlagen der Zahlen um satte 12% gestiegen, nachdem das Unternehmen eine bessere Umsatzprognose für das vierte Quartal Jahr 24 vorgelegt hat, als erwartet. Aber der CEO, ich glaube, er spricht sich Gelsinger aus, hat gleichzeitig gegenüber Barun wohl bestätigt, dass die ursprünglichen Umsatzziele der KI-Chips im Jahr 24 nicht erreicht werden können. Außerdem sagte er, dass er alles andere als erfreut ist über die Verzögerung der Auszahlung der US-Regierungsmittel aus dem US-Chip-Act. Erkläre ich euch sofort. Wir sprechen einmal über die Ergebnisse des dritten Quartals. Jetzt muss man sagen, Intel meldete einen bereinigten Verlust von 46 Cent pro Aktie, was höher ist, was die Analysten erwartet haben von 2 Cent. Aber das kommt zustande wegen der Steuerbelastungen von 63 Cent und dazu war der Umsatz mit 13,3 Milliarden an der Oberkante der eigenen Prognose und über den Erwartungen der Analysten von 13,02 Milliarden. Das ist insofern wichtig, weil noch im August das Unternehmen die Prognose für den Umsatz deutlich gekappt hatte und ich glaube, dass der Markt schon so war so, oh, das könnte jetzt nochmal böse werden. Und wenn man zum vierten Quartal schaut, dann muss man sagen, Umsatzausblick 13,3 bis 14,3 Milliarden, was wieder über den Erwartungen der Analysten liegt. Das heißt, übertroffen und Ausblick gegeben über den Erwartungen. Klingt total super. Aber man muss sich eins klar machen, der Umsatz in diesem Quartal war ja 13,2. Jetzt geben sie einen Ausblick aus von 13,3 bis 14,3. Mit anderen Worten, wenn es gut läuft, wächst der Umsatz eines Chip-Herstellers um 7 Prozent im nächsten Quartal. Wenn es schlecht läuft, keine Umsatzsteigerung. Gewinnseitig liegt das Unternehmen auch oberhalb der Voraussagen der Analysten mit 12 Cent die Aktie. Die Analysten hatten 18 erwartet. Das Unternehmen sagt, erstens haben wir unser Produktportfolio erweitert und zweitens sehen wir eine wachsende Nachfrage nach unseren 18 Art-Chips und deswegen sehen wir sogar übergeordnetes Wachstumspotenzial. Klingt eigentlich per se ganz gut. Ich würde aber gerne nochmal an den Umsatzausblick und an den Gewinnausblick erinnern, weil das gleich noch wichtig wird, warum ich diese gestiegenen Umsatzprognosen nur mit Vorsicht interessant finde. Erstens, wie gesagt, im wichtigen KI-Bereich Umsatzziel von 500 Millionen für die zweite Jahreshälfte 2024 angekündigt, wird nicht erreicht. Dann ist es so, dass sie sagen, wir sehen Interesse an unseren KI-Beschleunigern, aber sie erreichen ihre Ziele trotzdem nicht. Das verstehe ich nicht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es gibt zwei neue Großkunden für die 18 Art-Chips und die wurden jetzt bekannt gegeben, darauf hat der Markt auch positiv reagiert. Warum diese Verzögerungen beim Chips Act so entscheidend für Intel ist? Ein wirklich großes Thema ist die Finanzierung bei Intel, denn das Unternehmen selbst hat in den letzten Jahren massiv in die Infrastruktur in den USA investiert, damit sie ihre Chips selbst produzieren können. Diese 8,5 Milliarden, die vor 2 Jahren schon zugesagt wurden seitens der US Regierung, sind deswegen ein großer Schmerz für Intel, weil das Unternehmen selbst schon 30 Milliarden Dollar in den USA investiert hat, um seine Ziele zu erreichen, um seine Produktionskapazitäten zu stärken und deswegen mussten 15.000 Mitarbeiter entlassen werden und die Dividende wurde gestrichen und das betitelte CEO als besonders schmerzhaft. Das heißt, wenn wir nach vorne schauen, Intel sagt, wir haben eine neue Generation von Prozessoren, die heißen Panther Lake, die wollen wir in unserer eigenen Foundry produzieren. Ab Ende nächsten Jahres werden sie früher fertig, werden sie später fertig, keine Ahnung. Bis die neuen Chips produziert werden können, werden die sogenannten, ich glaube, Lake and Arrow Lake heißen sie, ne, Lunar Lake und Arrow Lake, die werden weiterhin bei Taiwan Semiconductor produziert und ich weiß von anderen Herstellern, dass sie nicht genügend Produktionskapazität bekommen bei Taiwan Semiconductor und die Chips sind im Vergleich zu AMD und zu Nvidia rückständig. Das heißt, zusammengefasst, Intel gibt eine massive Wette ab. Und Intel hat aktuell zwei große Probleme. Erstens Finanzierung dieser großen Wette, zweitens Gewinnung von Marktanteilen im Bereich KI. Jetzt kann man sagen, okay, aber die Aktie ist doch massiv gefallen, um so viel Prozent, dann ist sie ja wenigstens günstig. Passt auf, erwartetes KGV von Intel für das Jahr 2025 ist 24 irgendwas. Bei AMD ist das erwartete KGV bei 27. Jetzt frage ich mich, möchte man Chips von einem Unternehmen kaufen, was bereits Marktanteile hat und auch deutliches Wachstum sieht und ein Dreier KGV oben drüber hat, oder möchte ich Chips kaufen, beziehungsweise Aktien kaufen, ich für mich, von einem Unternehmen, was fast genauso teuer ist, was Finanzierungsprobleme hat, was auf die Zukunft wettet und keiner weiß, ob dieser Turnaround wirklich gelingt und deswegen muss ich euch sagen, fundamental für mich persönlich ist die Aktie immer noch eher bodenlos und jetzt kommt's, Intel scheidet aus dem Dow Jones 30 aus. Der ehemals größte Chip Hersteller der Welt ist nicht mehr im Dow Jones 30 und wird ersetzt durch Nvidia und deswegen bin ich gespannt wie die Börse darauf reagieren wird, wenn wir uns das rein technisch anschauen, was bei Intel der Fall ist und ich das freundlicherweise für Enfin wieder vorlese, jetzt kann man in einer kleineren Zeit sagen, also guck dir das mal an, das ist doch ein schöner Anstieg von immerhin 33% und dieser Anstieg von 33% wird aktuell Bullish konsolidiert und er hat ja das Potenzial das nach oben fortzusetzen jetzt kommt das große aber ihr seht hier zwei horizontale Linien die Enfin zeichnet und die sehen wir auch im Tagesschart nicht nur ist da diese große Lücke als die Zahlen im August vorgestellt wurden und es zu einem Ausverkauf gekommen ist wir sehen dass diese horizontalen Marken ich würde das gerne mal näher ranzoom zwei wichtige massive Unterstützung waren ich kann mich daran erinnern dass ich Ende 22 Anfang 23 gesagt habe ja Intel ist zwar günstig aber also das dauert noch bis sie ihr Turnaround geschafft haben und dann habe ich mich gewundert dass Intel auf einmal bei 50 war dann habe ich gesagt ja 100% ich glaube ich habe den Boden verpasst und dann habe ich festgestellt nein Intel hat selbst seinen Boden verpasst das heißt die Aktie läuft in eine extrem starke Widerstandszone und deswegen muss ich euch eins sagen für mich aktuell eher No-Touch wenn man spekulant ist dann kann man sagen jaja hier in einer kleinen Zeiteinheit den Ausbruch möchte ich über diese Widerstandszone traden oder für den Fall dass die Aktie in Richtung 26 27 kommt das ist ein starker Widerstand den ich verkaufen will ich glaube es gibt einfachere Setups die man aktuell handeln kann und es gibt meiner Meinung nach für mich auch interessantere Investitionen ich habe viele gute Entscheidungen getroffen was mir Investition angeht ich bin ich schon vor Jahren ausgestiegen und das war eine meiner besten Entscheidungen Hammets Highlights und Enfins Analysen Boom und Bodenlos hatten wir in dieser Woche ich hoffe dass euch das gefallen hat denkt daran Däumchen Träumchen Abonnement oder abonnieren geht über Studien und denkt daran wir fangen jetzt schon mit der Black Week an für uns heißt es einfach Platin Monat wenn ihr Lust habt freu ich mich mit mir traden mit meinem Team traden oder unsere Enfin Chart Software benutzen gehabt euch wohl